Ja, ich begrüße den Nikolaus in dreifacher Ausführung in Klausen. Das ist ein Bischofstreffen hier, das ist ja Wahnsinn, mit seinen Engeln hier. Also wir sind sehr geehrt, Nikolaus, dass du dreimal zu uns gekommen bist, Nikolaus. Also das ist ja, wer hätte das gedacht. Ja, und deshalb erstmal Dankeschön für den dreifachen Nikolaus, dass er zu uns kommt, diesen Dienst macht an den Kindern. Der Nikolaus hat mir ja heute schon verraten auf YouTube, da kann man das gleich sehen. Und zwar hat der Nikolaus mir verraten, es ist ihm ein Anliegen, dass die Kinderaugen glänzen. In dem Dienst seid ihr unterwegs. Und das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür, auch den beiden Engeln, dass die dabei sind. So, damit alles gut klappt, bitten wir um den Gottessegen für unsere Nikolause. Guter Gott, du schenkst uns deinen Sohn Jesus Christus als größtes Geschenk, das es gibt. In den kleinen Geschenken, die wir einander geben und uns schenken, dürfen wir immer wieder spüren, wie sehr du uns liebst, wie wir einander lieben, wie wir einander wert sind. So segne, guter Gott, diese drei Diener Gottes, die in deinem Namen durch unser Dorf ziehen und die Augen der Kinder zum Glänzen bringen, auch, dass sie Freude schenken und ein Lächeln auf die Gesichter derer zaubern, die sie besuchen und dass sie unbeschadet ihren Dienst machen. So segne, guter Gott, diese Diener, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht und zieht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Untertitelung des ZDF, 2020